ja servus herzlich willkommen liebe leute zu rayman legends in olympus maximus und im dutzend gefährlicher auf jeden fall werden wir heute sicher zum dragon musiklevel kommen ich freue mich schon da wäre ich richtig bock schon so wird immer heftiger also cool dass du dabei das muss ich sagen naja vorerst 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 naja ist echt geil gemacht u oder uuuh gar nicht so uuuh wie ich dachte das war echt ein krasses versteck sehr nice ja und natürlich auch wieder andere figur ne habt ihr gesehen ja ok wohin deswegen das ist ja kopfüber und dann wieder net und dann wieder schaue ja komm jetzt so richtig ich mag das kopf überall das macht mich fertig muss ich meine einrichtung heute noch da wisst es oder wie sagt mir bitte sagt mir was willst du von mir warte mal beim 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 buff kaputt jo im wohin zu ihnen gehen oh man digger muss das feiern da kommen das muss man ganz deppert was muss man oder muss ich auf das kleine blöcke sodass ok jetzt glaube ich alles verstanden gab es glaube ich glaube oder glaube Glaub ich. Ja. Jo. Das ist voll ekelhaft, Mann. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt wird er wahr, ja. Alter, Digga. Das muss ja auch gehen ohne Herz. Da fangt ihr auch schon an, ne? Ich hab ja noch ein Herz sogar. Alter, da würde ich am liebsten einen Part von Neustart, ne? Und so anfangen. Keine Chance. Lauf doch. Oh no. Das ist alles kopfüber, das macht mich fertig, wirklich. Digga. Ich check's nicht, ich check's nicht. Oh, das Feuer fackt ab, ne? Wirklich. Ich check's halt nicht, was ich machen. Wieso geht's auch mal schon? Ja? Oh man. Was und dann schweben, oder was? Was weiß denn ich? Digga. Bitte. Oh no. Ich hab's ja schon gehabt. Ich hab's ja schon gehabt. Oh, ich hab Schiss gehabt. Ich bin automatisch gefangen und ich hätte gar nicht brauchen. Ah, okay. Ich glaub, ich weiß es. Ich glaub. Richtig eklig. Schau. Schau. Was ich sagen. Ich hab's ja eh schon gehabt. Ja. Oh ja. Jetzt hoffen wir heute mal, ne? Ich bin ja lernfähig, ne? Das ist ja... Toll ist das ja auch nicht. Das war echt schwer, oder? Tatsächlich. Huiuiui. Das war jetzt schon... Böse ein bisschen, muss ich sagen. Ich hab viel forscht und das ist die ganze Zeit geil. Wird das level eklig, oder ist das level eklig? Okay, ja. Ich hab das einfach eklig. Ach so. Das war aber fies jetzt. So. Komm bitte, das muss besser werden jetzt. Nicht wieder so. Ja schau. Geht ja eh, Leute. Seid ihr dabei? Seid ihr noch immer dabei? Stark. Fuck. Oh. Also das level muss ich auch nicht unbedingt nochmal machen, ne? So. 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 Nehmen wir ja wehen. Und was ich damit sagen will, ist... Ich geh nur Punkte sammeln. Aha. He he. Äh. Stark. Na komm. Ja. Geil. Voll super. Boah. Das war ein krasses level. Gummio. 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 Okay. Nex. Hölle. Hölle Hölle Hölle. Eiskalt. Achso, da gibt es noch eins. Uh. Und ich hab schon gedacht, das ist eine Labyrinth. aber super. Obwohl da hat mir ja einen gefällt, also von dem her, hm. Boah, das ist so schwer, das hin und her immer, ne? Aha. Juhu. Oh Gott, oh mein Gott. Das wird, glaube ich, noch ein Gaud, oder? Ja, warte mal. Wo macht's denn mehr Sinn da? Wo ist der Secret? Ah ja. Gut gesehen. Ach du Scheiße, das wieder. Das war so dumm, ne? Hm. Ah. So. Dann machst du Wandsprung, Wandsprung, Wandsprung. Dann lass dich, oh, lass dich fallen, würde ich grad sagen. Hm. Hm. So. Na ja, läuft, ne? Es ist echt schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Na ja, das mit den... Na ja. L und... Oh, L und R... Da wär ich ganz pfeppert. Wirklich. So, schön grot. Ja. Verstehe ich nicht, aber ja. Gott, meine Geduld, oder? Das ist, was ich will, gell? Was ich will. Dig ab. Ja. Was ist denn, wo man geduldig ist, gell? Ja. Ja. Wo muss ich ihn dann hin? Ja. 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 Oh. Hör doch. Na. Alter, die Welt steht vor einem Rätsel, oder? Unfassbar. Da geht ja nur so viel um mich, z.B. Na ja, viel auch nicht, ok. Ich muss hinterher irgendwie durchfliegen können, das ist ja klar. Digga. Das ist keine. Meine Nerven. Soll ich schwerer sein, ist ja in Ordnung, ne? Ich komm da nicht durch, ich lass es jetzt. Das mach ich dann offline. Komm kann ich nicht sein, oder? Wo ist das Problem? Ich muss auch da durchfliegen können, das gibt es ja gar nicht. Richtig? Alter, sind die Stacheln nicht immer da? Doch, die sind sehr wohl immer da. Aber nicht immer gleich hoch, oder? Wohl. So weitermal. So weitermal. So weitermal. Ihr seht jetzt, was das Problem mit war. Oh, Eichel. Wenn ich so tue, bringt es ja nichts, ja, nein, bringt ja nichts. Aber das ist, aber das kann ich nicht. Oh Gott, das Lever, nein? Das ist so dumm immer, das Hochlaufen. Das checkst einfach nicht. Oh Gott! Meine Fresse. Ja, das Viech. Komm, was ist los? Alter Schwede, ne? Es ist eine Schwierigkeit, aber richtig knagig, du. Sonst noch? Geht's euch eh? Danke und so. Okay, okay, okay. Ja, okay, okay. Stark, stark. Ja, keine Ahnung, weißt was. Du mir auch. Alter, fick dich doch ins Knie, Mann. Jetzt ist es aber echt einmal gut, ne? Oh ja. Ist klar, ne? Stark, Leute, stark. Und sonst bei euch, ja. Auch ist im grünen Bereich, ja. Genau. Ah, lao! Ah, lao! Uh. Oh, 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 oh. Ich bin eh schon zu langsam, oder? Ah ja. Das wird eh zu wenig sein. Das ist verdächtig. Ja. Na ja, muss ich sagen. Oh Gott. Boah, echt sehr schwer. Ja, hui, hui, hui. Heidigs Blechle, du. Ups. Den ersten? Keine Ahnung. Ach so, was. Den habe ich doch irgendwo gesehen. Genau, den ersten hätte ich ja wohl gesehen. Ich war aber nur 300 Punkte dann. Ah ja. Das ist jetzt aber trotzdem ein bisschen doof. Na? Also sicher den ersten Weg, wo es nur nicht zusammenbrach. Wolke der Finsternis. Okay. Ich werde es schon nachholen, Leute. Alles gut. Ah, drei, immerhin. Das sollte dann leichter sein, theoretisch. Ach so, das ist ja dann der Boss, wa? Ja. Ja. Boah, was waren die schon erfahrener? Wo man ewig hoch muss? Nein. Also der mit, oh ja, der mit der Haun. Oh nee. Gar keine Nerven gerade für das. Ich weiß es leider noch, ja. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Und das ohne Herz. Oh je. Oh Gott, Leute. Ja dann. Das wird krass, ja. Das hoffe ich kann ehrlich sagen. Oh. Immerhin. Oh. Oh. Das wird die Hölle, Leute. Das ist so geil. Das wird die Hölle. Das wird die Hölle, Leute. Ja, das wird die Hölle, Leute. Oh! Das wird schwer, Leute. Oh! Jetzt hat er mich forscht, die Sau. Ja, genau. Jetzt hat er sich regeneriert. Geil. Herrlich. Sehr schön. Ich habe ja gesagt, das wird furchtbar, Leute. Das kann ich euch wirklich nochmal sagen. Geiler Boss, keine Frage, aber irrsinnig schwer und eklig. Und auswendig lernen, ne? Ich glaube, das werden viele sagen. Geil, aber eklig. Geil. Muss ich auch wieder lernen. Alter, das ist ja Doppelhound wahrscheinlich. Geil, war das das? Ja, ja. Ja, ja. Oh, je. Wo ist er denn? Ja, oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Das wird ekelhaft, ne? Oh. Ah, ich habe die Flügel wieder übersehen. Oh. Puh. Sarapart wird das. Oh mein Gott. Komm. Aber raus. Oh. Okay, man darf nicht so weit raus. Cool. Bild schießen oder so. Ich darf nicht so weit links sein, äh rechts sein. Geil. Ah, der Wach. Oh. Oh shit. Es ist echt eklig, oder? Ganz ehrlich. Ah. Okay, das ist jetzt meine Chance, ne? Ein bisschen ruhiger. Boah. Das war wichtig. Boah. Was ist mit dem Schwein? Keine Ahnung, was ist mit dem... Kann ich nicht hin machen, oder wie? Oh, das ist ein Bug. Ah ja. Ach soo. Okay. Das war jetzt ein Gromeritum. Es ist geil. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Warte. Und da wäre sicher wieder kein sterben. Die MegaHound. Ja, ja. Oh Gott, Leute. Ich kann mich auch echt noch super erinnern an den... Oh Gott! Okay, dann machen wir mal so, wahrscheinlich. Und dann aufruhen wir im Kreis. So leicht wir das mal nicht machen, oder? Kann man mir nicht vorstellen. Das wäre aber jetzt so leicht. Da geht es dann mal so ganz frech, ne? Da wird immer schneller die Sau, ne? Aus! 95? Mein bitte, ich bin 100. Bitte. Habe immer nichts. War trotzdem geil. Na! Ah! Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ach so. Gott! Okay. Okay. Hände es nicht noch ein paar Punkte für mich? Schade. Aber er war geil, wirklich. Joooo! Hallo! Herrlich! Late. Lolaaaaa ... Da kann man überspringen, aber machen wir gleich. Alles gut gemacht, schau. Da überspringen wir. So. Warte, ob ich jetzt 100 bekommen habe, weil ich den letzten bekommen habe. Ja, down. Reise zum Mond, Trophäe wieder. Cool. Und Time Attack wieder. So, Dragonslaver, slower. Oha. Alles Mögliche kriegen wir wieder. Der Drachentöter. Siegfried, der Drachentöter. Oha. Der Prozess war auch cool, glaube ich. Schwierigkeit 5, keine Frage. Aber das meiste ist ein so geiler Flow. Oh. Oh. Der Verkmalen wird das Problem. Oh. Ne. herrlich oha 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 oho is kloa na oho see you safe the speedrunner stark weist er the speedrunner the speedrunner the speedrunner the speedrunner Oha! Ah! Oh! Da kann ich mich aber auch noch erinnern, dass es da später eine Version gibt, ich glaube auch bitter oder so. Und da siehst du die Flammen eigentlich gar nicht einmal, das ist so schwer dann. Gleich wie das. Das ist auch schon schwer. Aber einfach geil gemacht. Geil! Ah! Oh Gott! Schreck ich mich so? Oh! Ist aber nicht, dass man da nochmal darf, sozusagen. Das war's, oder? Oh nein, die Flammen ist da so. Guck mal! Jetzt aber! Komm! Komm! Jetzt aber, komm! Dann wird das auf die Origins-Level, oder? Oh boy! Ja gut! Probieren wir nochmal einen Speedrun, hm? Ohne Fail? Hm. Drachenritter! Okay. Trophäe wieder, wisst ihr? Timer-Tag könnte ich... Ah! Gut, den könnte ich den nächsten Part einmal machen. Das wäre doch lustig. Komm! Dann machen wir einfach mal einen random Timer-Tag. Richtig Bock! Nu! Das wird's, ja! Jetzt komm! gut! Dann machen wir einfach mal raus. Ja, das wird's! Ja! Ja! Da ist's! Ich bin der, die Kiste! Ja! 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 Geil, bis jetzt? Geil, bis jetzt? Ja. So muss das, Leute. Stark. Ja. Geil, oder? Leute, Daumen nach oben, dann werde ich euch loben, oder ihr mich. Ja, auf jeden Fall gerne Kommentare, Abo, dann Bewertungen beim Interesse, weil das hätte ich mir jetzt wirklich verdient, oder? Okay, dann danke liebe Leute, war richtig geil. Bis zum nächsten Mal, euer Partl. Tschöööö. Untertitelung des ZDF, 2020